hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play technomage ja genau wir haben in der letzten folge hier vor aufgehört und dann gehen wir gleich mal rein hier wir sind ja im high um unseren vater zu finden wo war das noch scheiße 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 hau doch ok ähm f5 ii ok haben wir noch ein paar davon nehme ich nochmal ein Sie schlägt nicht immer sofort, wenn ich trippe. Hier ist noch ein kleiner... Und ich glaube, wir haben ihn gefunden. Was war das? Eine Stimme? Wir müssen hier durch, wie es mir scheint. Hallo, ist da jemand? Hey, hier! Helft mir! Ja, hallo, hier. Auf der anderen Seite der Mauer. Sind Sie in Schwierigkeiten? Endlich! Ich dachte, ich würde hier alleine zugrunde gehen. Meinst du, du kannst deinen Weg finden, um hier herüber zu kommen? Da bin ich mir ehrlich gesagt, ich hätte dann damals noch an zwei Dinge, glaube ich. Mindestens eine auf jeden eine sicher und eine andere hat, die ich jetzt nicht mehr sicher bin. Aber ich bin, glaube ich, nie zu ihm gekommen. Müssen wir das wieder sprengen hier. Ich kann ja nicht im Laufen schlagen, das ist ein bisschen scheiß. Läuft, ist ja noch so einer. Ah, Mistfigur bist du. Ach. Schlag doch! Schlag doch! Alter. Bist du so doof? Meine Fresse. Oh Gott. Okay. Oh. Spinnenvieh. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay, ich bin nicht mehr ganz so drin in der Steuerung. Okay, warten. Schlag doch! Okay, eine Schlucht. Ich mal hier weiter. Hier rechts sind nochmal so Spinnenteile. Ähm, ich glaube wir sind vergiftet. Okay, das bringt gar nichts. Okay, das bringt gar nichts. Okay, das klappt gerade nicht so gut. Ich hab nur noch einen. Scheiße. Okay, das ist schon mal gut. Das ist das hier. Entgiftung-Trank. Äh, kleiner Kombi-Trank. Okay. Okay, ich bin noch fünf große. Nein! Wollte ich gar nicht. Scheiße. Äh. Aber ich hab ein bisschen länger nicht gespielt. Jetzt bin ich monster verwirrt. Das merkt man noch so ein bisschen, weil ich gerade überhaupt nicht weiterkomme. Was ist denn das denn für Viecher? Da ist so ein, äh, Wiederkommt-Teil. Das hat's ja mal vollgebracht. Wir müssen, glaube ich, hinter dem Ding hier weiter. Da ist eine Kiste. Äh. Ein kleiner Haltrang. Super. Ähm. Ähm. Questlog. Das Übersichtskarte. Was? Wie kann ich denn benutzen? Äh. Wie? Ähm. Ich komme da. Ah, dann muss ich da unten rum, oder was? Ich bin gerade voll verrückt. Verwirrt. So, hier rum. Ah, ach so. Äh. Macht Geist besichtbar. Jetzt wollen wir noch mal springen. Also. Okay. Ah, ja. Ah, ja. Gott, wie ging das nochmal? Ähm. Aha, so. Huch. Ja. Jetzt habe ich schon gedacht, so. Aber wenn hier, warte mal, mache ich nochmal schnell, äh. Den Ring des Lebens. Ja. Genau den. Nein. Nein. Ja. So. Dann, äh. Genau. Dann das. Okay. Gott, ich kann die Christen-Kombination sein, ja. Okay. Ja. Und dann, alt und springen und zack. Aha, kein Problem. Hier hin ist nichts mehr gut. Ähm. Ähm. Maus ausrichten. Kamera meine ich. Ähm. Okay. So, das habe ich erstmal aktiviert. Das ist gut. Ich kann da rüberspringen. Da sind Kisten. Ich gehe jetzt mal hier am Rand lang. Okay, wahrscheinlich muss ich da in die Mitte, um das hier aufzukriegen. Ähm. Ich drücke mal die Kamera auf, bevor ich weiterlaufe. Ja, okay. Okay. Ah, ich sehe gerade relativ wenig. Ich springe erstmal hier links lang. Okay, Kamera wieder ausrichten. Schön vorsichtig sein. Es ist so ein Weg hier rüber. Da ist zu. Was ist denn? Geil. Hallo? War mir schon klar, dass ich da nicht reinfallen sollte. Nein. Geil. Aber sonst ist hier auch nichts, wa? Da kommen wir her, hier. Da kommen wir ja her. Da sind wir hier geguckt. Und hier geguckt ist ja nichts mehr. Hier ist nichts. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Da ist. Oh Gott. Also, hüpp. Der springt nicht, wenn ich drücke. Also nochmal. Das macht der ohne Probleme so. Der springt nicht. Dann gehe ich eben aus, dann meine Fresse. Das ist jetzt so doof. Was soll ich denn jetzt hier tun? Okay. Noi. So, bitte sehr, danke. Was soll ich denn jetzt hier tun? Ich bin mucho verwirrt. Was soll ich denn hier schieben können? Oh Gott, okay. Jetzt habe ich es gedacht. Soll ich jetzt hier vorsichtig runter. Soll ich das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Ich mache das mal so. Ah, wir müssen das von dem... Aha. Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt muss ich nur noch ganz vorsichtig. Jawohl. So, äh. Das war kein Problem. Ich habe keinen mehr. Geil. Scheiße, du hast mal so einen großen genommen. Okay, das ist jetzt irgendwie... Ich bin bislang nicht gespielt. Ich bin zum falschen Zeitpunkt. Bin ich rausgegangen. Kreide hilft mir super weiter. Aua. Aua. Ja. Aha, Gold. Komm raus. Gold. Aha, komm raus. Schlag doch. Okay, langsam, komm hier rein. Ausgabe ich ihn. Okay, ein kleiner. Ähm. Trotz noch mal so einen großen. Ähm. Das ist klein. Da ist der Raum, wo wir hin. Ist hier noch was? Ne, ich glaube nicht. Ja. Ist gut. Äh, da sind jede Menge Spinnen. Okay, jetzt können wir dann schlagen wieder rein. erstmal die scheiß Spinnen hier töten, Alter. Ah. Ja. 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 Ja, wie wäre es da. Ja, da. contacted ihr.